Schauen wir am frühen Samstagmorgen nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, wir haben es gehört, der ukrainische Präsident Zelensky dämpft die Erwartungen an Kiews Gegenoffensive. Aber wie erbittert kämpfen dort auch die Russen? Wie schätzt du das Geschehen an der Front ein? Also um das ganz kurz zu machen, wir haben es momentan nahezu mit einer Patz-Situation zu tun. Es ist ein Stellungskrieg, es ist ein Erschöpfungs-, ein Abnutzungskrieg. Es geht immer wieder hin und her, einige Kilometer, einige hundert Meter. Dann haben die Ukrainer mal mehr Kriegsglück, mal die Russen. Aber es gibt eben keine eindeutige Tendenz, dass man zum Beispiel sagen könnte, hier ist jetzt der Durchbruch gelungen. Zum Beispiel der Ukrainer und jetzt wird das Ganze forciert. Es gibt solche Orte nicht an der Front und die Front erstreckt sich über 1000 Kilometer. Und jetzt ist auch noch Folgendes passiert, dass wohl die russischen Kräfte im Norden des Kriegsgebietes zu einem gewissen Teil, zumindest, Initiative übernommen haben. Es geht da um die Gebiete, das ist so ein Drei-Provinzen-Eck. Provinz Kharkov, Provinz Lugansk, Provinz Donetsk. Es geht da um die Städte Kremenaya, Svatova und da stoßen die russischen Kräfte nach Westen vor. Eines der Ziele dürfte der Verkehrsknotenpunkt Kupinsk sein. Und dann weiter unten im Süden Krasny, Liman. Auch das eine wichtige Stadt. Beide Städte waren mal unter der Kontrolle der Russen. Dann kam aber letzten Sommer, Frühherbst, die Gegenoffensive der Ukrainer. Dann sind die Städte Krasny, Liman und Kupinsk wieder an die ukrainischen Streitkräfte zurückgegangen. Ja, und so geht es eben immer hin und her seit Monaten. Und ich kann es nur noch einmal sagen, es ist in meinen Augen, im Augenblick zumindest, eine Patz-Situation. Und wie es weitergeht, auch vor allem für die Ukrainer, wird davon abhängen, wie intensiv der Westen bereit ist, auch in Zukunft die ukrainischen Kräfte mit Waffen, mit Geld und auch mit Geheimdienstinformationen zu unterstützen. Die russische Seite ist da weitgehend auf sich selbst gestellt. Natürlich gibt es da Unterstützung auch vom Iran und sicherlich noch anderen Ländern, die das alles immer dementieren. Aber ansonsten hat man hier schon dafür gesorgt, dass die Waffenindustrie angekurbelt wird. Und das läuft auch einigermaßen, obwohl es natürlich immer Probleme gibt. Ohne das ist das ja nicht vorstellbar. Probleme beim Nachschub, Probleme bei der Logistik in den Kommandostrukturen. Aber da ist es auch besser geworden bei den Russen. Also sie haben da teilweise ihre Hausaufgaben wohl gemacht. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.